Einmal weg hier. Ich habe keine Zeit für Spinnen. Und zum Spinnen habe ich auch keine Zeit. Ähm, da. Habe ich sie gerade gepiekt? Die blöde Biene, äh, Wespe, ne, Mücke. So. Okay, dann lasst uns mal. Und rüber hier. Da vorne ist der Aufgang. Zur anderen Seite. Wir haben für die Werkbank alles da. Ich brauche ja nur Gras. Und Gras finde ich hier überall. Okay, das ist, das weiß ich jetzt schon. Okay. Ähm, ja, dahinter. Mann, das sieht alles so, äh, nicht davorstehend. Das sieht so riesig aus. Wenn ich aber dann, was ich hier so sehe, mit den anderen Proportionen da, sieht das so klein aus. So unbedeutend. Okay, mal gucken. Ist hier irgendwas Ungewöhnliches drin? Nein. Ähm. Nehme ich wieder mit. Knochen durch. Schaufel. Nehme ich auch mit. Äh. Gut, ich habe diesen anderen Müll nicht mitgenommen. Das ist schon mal gut. Okay. Dann lasst uns mal hier hinter. Ich werde sowas von nett begrüßt. Ich spiele jetzt so undankbar. Ähm, einige MZR oder sonstiges muss ich auch noch freischalten. Als gesehen, ein oder zwei Stück, weiß ich, dass die noch offen sind. So. Gut. Okay. Hier lasst uns halt erstmal in Ruhe. Okay, hier ist nicht mehr. Jetzt hier noch etwas. Naja, wenn ich jetzt reinfahre, komme ich nicht mehr raus. Das ist so ein Problem. So ein typisches. Hier ist eine Kampfmusik und ich habe keine Ahnung von wo. Ähm, da. Ich muss hier irgendwie hoch. Ich muss da irgendwie hoch. Ich mache ja drei Kreuze, dass sich das Werkzeug hier nicht abnutzt. Das ist ja so für mich erstmal ganz positiv. Hier ist ein großer Müllsack. War ich schon mal hier hinten in der Ecke? Hier hinten ist ja auch nichts. So. Ich habe eine Idee. Oder hier. Gut. Wow. Wir sind so ruhig, wa? Ähm. Ja. So wird man auch ungezieferlos. Komm ich von dem Müllsack irgendwie da hoch? Das ist die andere Frage. Hm. Hier ist ein Rasenmäher. Ich frage jetzt, ich komme hier auf dem Rasenmäher. Ist hier unten etwas. Unter dem Rasenmäher. Der sieht ja auch nicht mehr so schön aus, wa? Der hat auch mal seine besseren Tage gehabt. Ähm. Der steht schon auf dem Bock. Ist wahrscheinlich Löwenzahn-Auto. Okay. Ähm. Nee. Von hier aus nicht. Von hier aus auch nicht. Ja, ich versuche hier gerade auf dem Rasenmäher drauf zu kommen. Leichter gesagt als getan. Ähm. Es muss ja irgendwo einen Weg geben. Vielleicht über den dicken Stamm. Okay. Er hat ja mal seine Spielzeugfigur verloren. Mann, alter. Jetzt lass mich durch hier. Ja. 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 Ich muss ja irgendwie rauf. Verfluchte Scheiße. So. Ähm. Jo. Ich muss da irgendwie rauf. Es wird schon eine Möglichkeit geben. Weil, ey. Ich mach schon eine Leertaste. Und springe wie ein Bekloppter. Und er springt aber nicht. So. So. Wie komme ich jetzt weiter? Hm. Ich speichere mal ab. Ich speichere einfach mal ab und guck mal. So. Ach shit. Dann bin ich ja da, wo ich herkam. Dann gehe ich jetzt mal hier vorne hin. Okay. Plan B. Ich bin dein Vater. I love you. I love you. Yes, I do. Ich bin dein Vater. Ich bin dein Vater. Ich bin dein Vater. Vielen Dank.